Stellen Sie sich barfuß schulterbreit auf eine Gymnastikmatte, ca. 1,50 m vom Seilzug entfernt. Die Umlenkrolle des Seilzuges befindet sich in Kopfhöhe oder etwas höher. Ihre Knie sind leicht angewinkelt. Ihr Rücken ist gerade. Nachdem Sie die Griffe in den nach unten zeigenden Handflächen haben führen Sie Ihre Arme abwechselnd etwas hinter den Körper. Dabei folgt eine Streckung im Handgelenk bei gleichzeitigem nach außen drehen der Hände. Während Sie die Arme nach hinten führen versuchen Sie die Schulterblätter zusammenzuziehen. Danach führen Sie die Arme wieder nach vorne und beginnen mit der nächsten Wiederholung. Beim nach hinten führen der Arme erfolgt das Ausatmen beim nach vorne führen das Einatmen.